Ich lauf doch vor dir Ich lauf hier als würde ich die Map kennen Also das Mario Party zum dritt hätte ich ganz lustig gefunden So Freunde Workshop Oli CSGO wir testen die Maps hier nach wie vor Hä wieso ist das auch nur ne 2er Map das war ja das ging mal richtig gut Wettkampf 5 gegen 5 richtig geil gemacht Aber ich kann dir mal was zeigen was richtig geil war also ähm dann musst du mir irgendwie so folgen Ich lauf doch vor dir Ja Willst du mich verarschen Schau guck mal das Tor ist offen Ich weiß nicht ob man durch die Richtung kommt Das geht auch nicht mehr Das war nämlich ein Portal man konnte sich nicht geil reisen Jetzt ist weg Warte mal Weil theoretisch konnte man mit E hier für die Konsole das Tor anwählen so wie in der Serie und dann hat sich das irgendwann Hat sich das irgendwann Wo hat man sich dann hinbeieben können Auf offenen anderen Planeten Und was war da Ähm da ist ja schon vor unten im anderen Team Wie viele Workshop Maps gibt es eigentlich schon so ca Ach wenn du mal einen Workshop schauen würdest Es gibt so viele Maps Dass du ähm gar nicht Also du Soll ich mal ganz kurz mal schauen Da könnten noch so viel Chat zu sein Wo wir noch nicht gehen Nee Ich habe Unity Hub Anzeigen Ich guck mal ganz kurz Da können wir Also es ist Ähm auf jeden Fall Workshop 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 Letitisch Workshops Also ich kann euch auf jeden Fall sagen Jetzt im Maps Oh ich sehe schon geile Maps Grad schon wieder neue Bäm Oli ich habe jetzt gerade ne blöde Idee die mir einfach mal so kommt Und zwar habe ich gerade gegoogelt und keinem scheint dieser Fehler den wir hier haben bekannt zu sein Und ich würde einfach behaupten dass von irgendeinem von uns das Counter Strike aktuell einen Bug hat Denn ich würde empfehlen dass wir einfach mal alle unser CSGO neu starten Okay Weil das es nicht funktionieren hat waren ja jetzt die ganze Zeit hintereinander Hm Das glaube ich auch das habe ich auch gesagt Ich habe nicht immer googeln müssen und habe das schon direkt gewusst So Freunde bis gleich So Freunde Workshop Map hier Versuch 300.080 Logbuch Eintrag Star Games Atlantis spielen wir jetzt jetzt gehts wieder Wir hatten nur ein paar Probleme vorhin Ehm haben wir gerade Wurmer? Ja 4 Minuten 52 Okay Dann könnt ihr euch halt ihm jetzt mal anschauen Was ich euch auf jeden Fall zeigen will ist dass ich hier durch dieses Gate Oh der Schmandi triggert schonmal hier mit seinen Hex direkt auf mich Mach die Hex wieder aus So wir wären nicht schlecht für was machen wir Warm-Up Um dir die Map ganz kurz anzupacken Ach jetzt komm startet es Ne geht ihr ins CT-Team weiter kommt ihr rein und ich verteidige es wir tauschen Ah ne ich kann das nicht mehr tauschen Starte einfach jetzt komm Komm mal einer rüber ok Na gut dann starte ich einfach Hehehe MP ohne Streich Also gut los gehts Los gehts Los gehts Ähm Der muss uns hier irgendwie uns angreifen Keine Ahnung wo der herkommt Ne wir haben eine Bombe wir können sie legen ok Stimmt ihr könnt eine Bombe legen Oder ihr handelt mich einfach Ne wir wir handeln dich jetzt vielleicht erstmal Ich muss einfach gucken dass man die hinterher kommt der läuft irgendwie schneller wie Hehehe Daaa keine Chance Ei der Kontrollraum hier oben hat er richtig geil nachgebildet Da unten ist das Portal kann man da auch durch Kann man durch das Portal ja ja da komm ich her immer Ah ok Er ist da Außerirdische und wir müssen die Außerirdischen eliminieren Ja eben und ja unser Außerirdische Workshop und die müssen wir jetzt besiegen Hehehehe Ich lauf hier als würde ich die Map kennen Oh nein Boah geil können wir auch wieder zurück Nein Ich hab hier aufgelöstes Portal Fuck Ja wenn sie an die Teams tauschen Ich muss jetzt mal hier ein bisschen Ich kann Ja die Map ich aber nochmal deutlich größer Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal irgendwo anders die Map hier angucken Ich bleib einfach wie Idioten direkt Ja fuck man mich halt ab man Ey das tut übrigens weh Arschloch Alter das geht Was? Das ist Wettkampf 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 Na dann sag dir das mal Sorry ich meine die Hehehe Was? Ich muss mich alleine gegen die Kerle überlegen Da steht er schon Wo? Hinter dir Wo? Ha? Ha? Ich hab den gar nicht richtig gesehen Ne ich hab den auch nicht richtig gesehen Ich hab ihn versteckt Also gut sorry Manni wir müssen jetzt aufpassen dass wir jetzt nicht gegenwärtig könnten Also gut sorry Manni wir müssen jetzt aufpassen dass wir jetzt nicht gegenwärtig könnten Wettbewerbs zu Waffenlackierungen Oh je da haben sie sich verausgehabt hey Ja Also wir müssen jetzt wohl doch Mario Party spielen weil der Schmandi hat keinen Bock mehr auf diese Map Aber irgendwie find ich also die Map ich auch nicht geil aber so zu zweit zu dritt ist die ein bisschen zu groß und Ich weiß auch nicht geht's einfach durch dein komisches Portal mal Ne da komm ich nicht durch Ne das musst du aktivieren erst Ist ich aktiviert Ja du kommst von der anderen Seite kommst du durch Ne aber da schmandi ich halt eh raus das heißt wir gehen viel raus und dann probieren wir mal Mario Party Mario Party Mario Party Mario Party Aber ich bezweifel dass es funktionieren wird Es wird gehen Mario Party Das muss einfach Ah ja klar weil du dich bannen lassen hast bis wir jetzt bei ihm gebannen Wir müssen beide CSGO neu starten Jetzt müsst ihr beide CSGO neu starten genau Aber es geht es geht wir können das machen Gött Ja